Moin moin Freunde des guten Geschmacks, seit 10. August ist diese Blu-Ray Steelbook raus, die Limited Edition von Capeline Pictures. Erstmal Dankeschön an die, die haben mir das nämlich zur Bereitstellung gegeben, für euch das zu zeigen. Die ist schon mal sehr cool, kann ich vorab sagen, aber ist der Film auch gut? Das ist das kleine Review gleich und ein Unboxing. Viel Spaß! Was ist überhaupt Ghostland? Ghostland ist abgeführt eigentlich ein Home Invasion Terror Film, der ist angesiedelt in diesem Genre. Viele natürlich sagen auch ein Psycho-Horror, was ich aber jetzt gar nicht so sagen kann, weil er besticht nicht mit irgendwelchen Jumpscares. Er besticht schon so ein bisschen mehr diesen Urängsten, diesen Einbruch von irgendwelchen Antagonisten, die creepy sind. So ein bisschen aus den alten Slasher-Filmen. Auf jeden Fall der eine Part von diesem bisschen dickeren, der war schon nicht schlecht. Gut, die Puppen, alles Mögliche, das kann schon ein bisschen wirr sein, wenn man das jetzt so sieht. Dies ist jetzt das Cover halt. Es soll natürlich beiden Schwestern andeuten und hier ist ja auch die Familie, warum es sich überhaupt dreht in diesem ganzen Film. Ja, was kann man sagen? Schauspielerisch auch die Spannung, die Laufzeit, teilweise ziemlich vieles mittelmäßig. Da hat Matthias, Regisseur Pascal Loguet, ein bisschen nicht so gute Arbeit geleistet. Der Autor auch nicht so. Es ist halt vieles nach Schema F. Auch ein bisschen langatmig, langweilig in manchen Szenen, ist nichts Neues. Muss wirklich lange auf sich warten, bis das wirklich in Fahrt kommt und das war kein schlechter Film, hätte aber auch besser sein können. Aber bis zum Schluss hin und dann dieser kleine Twist, der schon nicht schlecht war, der aber nicht hätte sein müssen, man hätte es auch anders andeuten können. Das war alles so für mich so ein bisschen schwammig und hätte einfach besser umgesetzt werden können. Aber trotzdem kann man dem Film sich natürlich, kann man dem Film eine Chance geben. Müsst ihr selber wissen, ob ihr die Steelbook kaufen wollt, aber die ist wirklich zu empfehlen. Die finde ich echt ein schickes Teil. Da kommen wir aber nämlich gleich zu. Könnt ihr euch mal sagen, wenn ihr euch die schon gekauft habt, wie fandet ihr diesen Film? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Jetzt gehen wir natürlich zu dem Steelbook. Hier sind nochmal die ganzen Infos, das sage ich euch nämlich gleich. Und wir sagen, los geht's, rüber da. Aber jetzt kommen wir erstmal zu diesem schicken Steelbook, was mir ja Capelet geschickt hatte, um euch das überhaupt zu zeigen. Ihr seht ja schon auf jeden Fall hier, dass das hier ein Druck ist. Man sieht diese beiden halt ein bisschen glänzend. Das könnt ihr hoffentlich mal jetzt hier sehen. Und es ist hier geprägt. Auf dieser Seite ist Ghostland geprägt. Und es macht so einen Schein. Wie soll man das sagen? Ich bin jetzt kein Steelbook-Experte. Ich habe natürlich auch ein paar Steelbooks. Aber das ist natürlich hier glatt gemacht. Und hier ist es natürlich sehr glatt. Das kann man hier wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein bisschen sehen. Und wenn man natürlich jetzt die Seite sieht, dann seht ihr hier natürlich das Blu-Ray-Zeichen. Hier ist auch nochmal Ghostland. So, jetzt könnt ihr die Familie hier sehen. Diese drei spielen ja damit. Ich finde aber auch, dass der Spiegel hätte ein bisschen größer sein können. Macht aber trotzdem mit diesem Funkel... Auf dieser Funkeloberfläche, sage ich mal so ein bisschen, auch die andere Seite. Das macht schon einen ganz geilen Eindruck. Das macht... Also man kann da nicht vieles falsch machen. Und diese Augen, die leuchten auch so ein bisschen, wie ihr hier das so sehen könnt. Ja, also ich finde es... Das ist ein wirklich cooles, gemachtes, schlichtes... Hat aber auch so ein bisschen Effekte. Cooles Steelbook. Wirklich. Deswegen kann ich so verstehen, warum das jeder haben möchte. Die Infos drauf kann man dann am besten nochmal... Weil das hier noch hinten so ein bisschen Werbung ist. Das kann man natürlich dann nochmal hinten draufkleben, wenn man das möchte. Dann seht ihr natürlich auch dann hier die Protagonistin und natürlich so ein paar Szenen hier aus dem Film. Und Extras ist Making-of drauf. Interviews mit Crystal Reed, Emily Jones, Pascal Logier und Original-Kinotrader und so weiter. Das ist alles drauf. Ja, und hier ist dann einmal die Disc drin. Hier ist aber auch ein cooles... Also das ist auf jeden Fall cool abgebildet. Eine Puppe in so einer Glashaube. Es ist dann ab 16. Vorne habt ihr kein Zeichen da drauf. Also Leute, ist ein Flyer, was man auch kaufen könnte bei Capelite. Trotzdem muss ich sagen, die geben sich viel Mühe. Die machen auch sehr vieles gut. Richtig. Und ja, also das mit diesem Steelbook und mit dem Film haben sie schon einiges richtig gemacht. Ist es trotzdem ein übermittelmäßiger Film. Das Steelbook finde ich sehr gut. Kann man wirklich weiterempfehlen. Das müsst ihr natürlich selber wissen. Das Steelbook kostet 19,99 Euro im Handel. Kann sein, dass es ausverkauft ist bei Müller und so weiter. Aber bei Amazon habe ich gesehen. Gibt es das noch? Ich habe es auch hier unten verlinkt. Dann könnt ihr es auch mal gerne. Und wenn ihr es kaufen wollt, natürlich darüber kaufen. Trotzdem könnt ihr ja mal sagen, ob ihr das kaufen würdet. Ob ihr den Film gesehen habt. Viele sagen natürlich wieder gespaltene Meinung. Der ist scheiße. Natürlich wieder, welche sind die finden jeden Fall geil. Sagen dann auch, ja, warum hätte der Twist sein müssen. Aber das könnt ihr gerne mal einfach kommentieren. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.